Mein Name ist Peter Schönborn. Ich bereite Ihnen heute eine Rinderroulade vor aus der Brandenburger Rinderoberschale. Dazu brauchen wir Gurken, Senf, Schinken, Gemüseschülin und schon angeschmurte Speck und Zwiebeln. Eine Oberschale ist besser als eine Unterschale. Wenn Sie Fleisch kaufen, achten Sie bitte darauf, es wird als Rouladenfleisch Unterschale angeboten. Die ist wesentlich taffer und ergibt bei weitem nicht so zarte Rouladen. Mit Gefühl, gleichmäßig, ein großes, verlangt schon ein bisschen Kraft und auch einen guten Klopfer. So haben Sie ein großes Stück, das sich auch nachher leicht füllen lässt und nicht an irgendwelchen Enden direkt die Füllung herauskommt. Jetzt beginnen wir mit der Füllung. Wir würzen erst das Fleisch. Ich streiche den Senf darüber. Je nach Geschmack mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Zu viel sollte es nicht sein. Ich gebe zwei Gurkenstücke dazu. Etwas Schinken. Ein paar Gemüsestreifen. Und die schon vorgeschmurten Speck und Zwiebeln. Das macht die Füllung relativ stramm, fällt auch nicht mehr so stark zusammen, als wenn man rohe Zwiebeln nimmt. Und rollen das Ganze schön stramm, mit dem Seiten ein bisschen eingeschlagen, zusammen. Und dann haben Sie eine Rinderrolle. Jetzt haben wir vier Stück fertig. Eingesetzt in einen Einsatz. Gießen die mit einer vorher zubereitend aus den Sehnen und Gemüseabfesten zubereitenden Soße an, ohne anzubraten. Weil das Anbraten macht das Fleisch nur härter. Sollte schön bedeckt sein. Nun geben wir das Ganze in den Ofen. Garen das Ganze etwa zwei Stunden. Bisschen zugedeckt. Damit es Fleisch oben auch nicht hart wirkt. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Jetzt sind zwei Stunden rum. Die Rouladen sind weich, zart. Und ein bisschen kleiner geworden zwar, aber nicht so, wie sie normalerweise kleiner werden. Denn, Sie sehen also, Sie haben noch ein richtig, trotzdem noch ein schönes Stück auf dem Teller. Dazu servieren wir Püree mit frischen Pfifferlingen. Rotkohl mit frischen Äpfeln. Die Soße einfach nur leicht abgebunden. Obendrauf aufs Püree. Und noch einmal ein paar frische Pfifferlingen. Voila. Das ist unsere Roulade. Speziell in diesem Haus. Kommen Sie vorbei und probieren Sie mal. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept und zeige dein Können auf Topfgucker.tv. Nutze die Vorteile als Kanalmitglied und erweitere deine Reichweite. Jetzt mehr erfahren. Tische Mal. Săr. Tische Mal. Săr.